Musik Warum sollte es auch? So Dann hauen wir uns den Berg hier mal runter Boah Jetzt haben wir uns den Segtaberg wieder rein So Moment Gleich haben wir es Gleich haben wir es Mal kurz die Kopfhörer Richtig setzen Ach so Na dann Weiter gehts go 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 Hört sich klicken Weil wenn ich jetzt dicke dann wird es wieder so hässlich grau Und Vielleicht schmiert es mir sogar ab So Huh Oh Er hat ja schon gegraben Stimmt War ja auch verwirrt gerade Licht No 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 So Hier den ganzen Spaß noch weg Und Und auch hier alles weg So 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 Da sollte ja im Rahmen des Nachbarn liegen, hier müsste ja gleich das Ende kommen. Genau, hier ist es schon. Tada! Nichts besonderes. So. Auch das hier alles weg. Ich hoffe noch eine Weile durch, ja. Ich hoffe doch sehr, dass ihr noch eine Weile durchhält. Werden wir mich scheiße sagen. Müsst ihr nämlich Level uns besorgen, denn ohne Effizienzschaufe macht es sowas ganz schlecht. Nichts. So. Oh, das wollte ich nicht. Wo. 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 Hier ist diese behinderte Höhle, wo mich die Zombies schon die ganze Zeit nerven. Wo. 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 Das ist. Moment, du! So... ... ... Lalalalalala... ... Sooo, dann Kleber der Erde rein, komplett auffüllen Dann hier das Gras weg Zucker können wir weg So, jetzt muss ich hier ganz kurz das hier soo, da, da Hopp, 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 hopp Dann machen wir hier das Ende Moment, dann kommt das da von mir aus noch weg Ähm Okay, gut, dann haben wir hier noch was Erde Erde, 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 Erde Erde, Erde, Erde Erde, Erde, Erde Erde Erde, Erde 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 Erde, 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 Erde Erde, Erde, Erde Super, dann kommt das ja noch alles weg. Das kann aber gar nicht erschlagen und so, deswegen singe ich die ganze zeit sinnlos für mich hin, also wir alle, ich habe, ich, ah, alter mein Ohr, ah, haha, das fällt gerade weh, also wir alle, die es noch nicht verstanden haben, wir bauen jetzt hier unsere Musee Farm hin, weil, äh, hier kommt eh eine Brücke drüber, da kann man auch von der Brücke auf die Musee Farm schauen, weil sonst sind wir unten ja nicht, das brauchen wir sonst nicht die Fläche. Warum also nicht eine Musee Farm bauen? Sooo. Dann der ganze Spaß hier noch weg. So. Ich weiß nicht, dass ich gleich wieder tage, ich hätte mich echt, von einem Typ überrascht zu werden, oder so'n Spaß. Aua. Das reicht jetzt nicht. So. 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 Okay. So. So.